Dankeschön fürs Reinklicken dieses Video, denn es hat sich gelohnt für dich. Als allererstes möchten wir 5% bei Puracel die ganze Woche lang geben, mit einem bestimmten Gutscheincode. Und noch mehr. Ihr könnt sogar noch 3 Enderjuicer gewinnen, im Wert von fast 4.000 Euro. Den könnt ihr unter dem Weihnachtsbaum platzieren, wir werden dafür sorgen, dass er vor Weihnachten bei euch ist. Der beste Entsafter meines Erachtens der Welt, komplett aus Edelstahl, einer kostet über 1.000 Euro, hält ein Leben lang. Hat man super viel Spaß damit. Ich hoffe, dass wir ihn wieder glücklich machen können. Alles was ihr tun könnt, ihr müsst einen Gutscheincode haben. Und den bekommt ihr im Laufe des Videos. Ihr müsst das Video quasi bis zum Ende anschauen, denn im Laufe des Videos kommen Silben. Die fügt ihr zusammen zu einem Wort und das ist euer Gutscheincode. Von daher müsst ihr dann quasi diesen zusammensetzen. 5% bekommt jeder. Wenn ihr über 100 Euro kommt, nehmt ihr automatisch am Gamewindspiel teil zu dem Edelstahl noch. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Glück und ich bedanke mich nochmal an all die, für das ganze letzte Jahr, die mich unterstützt haben, die meine Videos unterstützt haben. Und ich möchte euch etwas zurückgeben und ich hoffe, dass ich keine vielen Menschen wieder damit glücklich mache. Und viel Glück dabei mit dem Gewinn des Enderjuicers. Viel Spaß mit dem Video jetzt. Wusstet ihr, dass Migräne die dritthäufigste Erkrankung der Welt ist? Bis zu einem Fünftel der Menschen haben oder entwickeln diese Krankheit. Viel zu viele für unser Geschmack. Deshalb haben wir für euch ein kostenloses Video vorbereitet, wo ihr alles erfahrt auf biochemischer Ebene. Ganz einfach aufgearbeitet und vor allen Dingen, wenn nicht für euch, dann für eure Liebsten. Denn ihr werdet bestimmt jemanden kennen, den dieses Video braucht. Von daher an auch sehr gerne teilen. Kopfschmerzen kennen die meisten. Migräne ist aber etwas mehr, als bloß ein normaler Kopfschmerz. Und es oft begleiten mit Übelkeit eine gewisse Aura aber auch. Als sensorische Störung, welche unter anderem die Sicht beeinflussen kann. Viele Menschen werden zum Beispiel auch sehr lichtempfindlich. Aber nicht jede Migräne kommt in einer Aura einher. So wird auch nicht jede Migräne unbedingt mit Kopfschmerzen kommen. Einige Menschen haben Symptome schon Tage davor, bevor die Migräne quasi erst eintritt. Stimmungsschwankungen, ein steifer Nackenheißhunger. Aber auch nach der akuten Migräne ist der Spaß noch lange nicht vorbei. Danach folgt meistens starke Erschöpfung und Müdigkeit kein Wunder. Dass Migräne furchtbar ist und einen ganz schön aus dem Leben reißen kann, darüber sind wir uns alle einig. Aber wie entsteht das überhaupt und was kann jeder Einzelne von euch dagegen tun? Das klären wir und evaluieren wir genau in diesem Video. Zu den Gründen und Auslösern. Zuerst einmal eine schlechte Nachricht für die Frauen. Sie sind nämlich dreimal so oft betroffen durch Hormonschwankungen wie Männer. Aber auch Allergien bzw. Histamin können eine Rolle spielen. Migräne ist nämlich mit Entzündungen der Blutgefäße assoziiert. Und Allergien können dazu führen, dass das Immunsystem getriggert wird und entzündliche Anweisungen gibt. Auch andere Umweltfaktoren sollen nicht vernachlässigt werden. Das Wetter, die Luft- und Wasserqualität, Stress, Schlafmangel, oxidativer Stress im Allgemeinen. Das heißt auch gesunde Ernährung. Auf diese Themen gehen wir jetzt ganz genau ein. Auch familiäre Ursachen, zum Beispiel Genmutationen, sind vorhanden als Auslöser von Migränen. Das ist aber nicht Thematik dieses Videos, denn das sind natürlich Faktoren, die wir nicht ganz genau beeinflussen können. Ja, die Gene. Von daher konzentrieren wir uns darauf, was wir beeinflussen können. Was haben Hormone mit Migräne zu tun? Zudem sollte man wissen, dass Östrogene durch das Enzym COMT verstoffwechselt wird. Auch Adrenalin wird durch dieses Enzym abgebaut. Wenn also viel Östrogene im Umlauf sind und durch COMT abgebaut werden müssen, dann bleibt wenig Kapazität noch für Adrenalin offen. Adrenalin ist einer der Neurotransmitter, die bei Migräne von Bedeutung sind. Menschen, die dieses Problem haben, erfahren mit ihrer Migräne auch oft eine Stresshypersensivität und Verdauungsstörungen. Hier seht ihr das. Wann Östrogene im weiblichen Zyklus normalerweise am höchsten sind. Natürlich gibt es von Person zu Person auch Abwechslungen. Und natürlich haben auch Männer Östrogene, aber in viel geringeren Mengen. Später kommen wir auch noch zu der Rolle von Progesteron. Aber dafür müssen wir erst einmal ein paar andere Dinge verstehen. Welche Rolle spielen Allergien? Menschen mit Allergiemigräne haben außer Migräne oft noch andere Symptome, die mit Allergien einhergehen können. Dazu gehören Juckreiz und andere Hautsymptome. Tränende Augen, Magen-Darm-Beschwerden, Atembeschwerden, Herzrasen etc. Die Zahl der Allergiker, die schon einmal Migräne erlebt haben, ist viel höher als die der Normalbevölkerung. Das sehen wir hier in einer Studie, die den Zusammenhang zwischen Migräne und allergischen Nasenschleim und Entzündungen untersucht hat. Auch in diesem Review-Paper wird entwähnt, dass Migräne häufiger bei Menschen mit Allergien bzw. mit Asthma vorkommt. Dieser Paper ist aber noch viel ergiebiger. Er bezieht sich auf die Zusammenhänge zwischen Mastzellen und Migräne. Mastzellen sind wichtige Zellen des Immunsystems, die entzündliche Stoffe ausschütten, unter anderem Histamin. Migräne ist mit Entzündungen der Blutgefäße assoziiert. Mastzellen liegen direkt neben den Blutgefäßen, in engen Kontakt mit den Nervenzellen. Vor allem in der Duramata, der dicken Membran, die Hirn- und Rückenmark umgibt. Diese kann von bestimmten Ganglien und dem Trigominusnerv getriggert werden. Einige Stoffe, wie Substanzen, P gleich Pain, gleich Schmerz, können die Mastzellen aktivieren und zu Migräne führen. Mastzellen reagieren auch auf Stress und können gefäßerweiternde entzündliche Stoffe ausschütten wie Interleukin-6. Mastzellen spielen also eine Rolle bei Migräne und werden durch Allergien aktiviert. Aber auch andere Faktoren können zu einer Aktivierung führen, zum Beispiel mechanische Verletzungen oder Fehlstellungen der Wirbelsäule. Damit kommen wir zu anderen Umweltfaktoren. Auch Stoffe, auf die wir nicht offiziell allergisch reagieren, können die Mastzellen triggern. Bestimmte Toxine in der Luft, im Trinkwasser, Stoffe in der Kosmetik vor allen Dingen, Waschpulver, Reinigungsmittel, Abgase. Und wenn unser Immunsystem überaktiviert ist, dann können diese Reaktionen relativ stark sein. Auch wenn es so scheint, als würde es den robusten Menschen in unserem Umfeld gar nichts ausmachen. Deren Immunsystem ist nämlich höchstwahrscheinlich nicht überaktiviert. Bestimmte Wetterverhältnisse können auch Symptome hervorrufen. Das Wetter ist leider schwer zu verändern, aber dafür gibt es eine ganze Reihe von anderen Faktoren, die wir verstehen und beeinflussen können. Zu den wichtigsten Dingen könnte man Trinkwasser, Ernährung, Haushalts- und Kosmetikprodukte und Stress zählen. Was heißt das jetzt konkret für dich? Genügend Zeit für Entspannung einplanen, um den Stress abzubauen und die Spannung im Körper. Auf Naturkosmetik umstellen, Parfüm meiden, statt hartem Putzmittel vielleicht auf Hausmittel wie Essig zurückzugreifen, sauberes Trinkwasser, entweder gutes Wasser in Glas waschen kaufen oder selbst filtern und essen. Das ist ein kompliziertes Thema. Wie wir gelernt haben, ist Histamin ein Stoff, der von Mastzellen ausgeschüttet wird. Aber wie bei so vielen Dingen im Leben, funktioniert dieser Mechanismus auch andersherum. Es ist also selbstverstärkend. Histamin kann die Mastzellen nämlich auch über den Histamin-4-Rezeptor zurückaktivieren. Wenn dieser H4 stimuliert wird, dann geht die Kaskade weiter. Histamin aktiviert zum Beispiel ein Signal in Hautzellen, das für das Jucken verantwortlich ist. Diese Studie hat bestätigt, dass Querzetin dieses Signal inhibieren kann. So kann Querzetin gegen allergischen Jucken helfen. Aber uns geht es hier primär um Migräne. Wieso erzähle ich euch das alles? Histamin-4-Rezeptoren sind, wie auch andere Rezeptoren, sehr verbreitet im Gehirn und in dem Gewebe, das es umgibt. Immerhin benötigen wir Histamin auch, damit unser Gehirn, zum Beispiel unsere Nervenzellen funktionieren, aber eben nicht im Überfluss. Migräne ist mit einer Überreaktivität der Hirnrinde assoziiert und hat zur Folge, dass das Gehirn sensitiver auf Stimulo reagieren. Wie ihr vielleicht wisst, führt Entzündung nämlich nicht nur zu Jucken und Rötungen, sondern auch zu Schwellung und Schmerz. Bis zu letzten beiden dort ausgesetzt, wird schnell klar, dass Histamin bei Migräne eine wichtige Rolle spielt. Wenn eine Migräne von anderen Histamin-Symptomen wie Jucken, Rötungen der Augen, einer laufenden Nase, Unruhe, Schwitzen, Gesichtsrötungen und eventuell auch von anderen Symptomen wie Bauchschmerzen begleitet ist, dann liegt das höchstwahrscheinlich am Histamin. Aber was dann? Was kann man dann tun? Querzetin könnte helfen, weil es ein natürlicher Gegenspieler von Histamin ist. Es hat aber noch viele andere Vorteile. Wusstet ihr, dass es ein Medikament gibt, das Mastzellen davor bewahren soll, zu reagieren und ihre entzündlichen Stoffe, also auch Histamin, auszuschütten? Querzetin zeigt sogar bessere Effekte als dieses Medikament. Querzetin ist an geringen Mengen in vielen Nahrungsmitteln zu finden oder in größeren Mengen in Extrakten, Supplements. Zum Beispiel, wir haben auch eins, wir haben es extra zugesetzt, das seht ihr hier. Auch diese Studie erwähnt Querzetin als Helfer gegen Migräne. Sie beziehen sich aber auch auf Q10, also Coenzum Q10 und Ginkgo Bilboa Extrakt, das außer Flavonoide, also Querzetin noch Terpene enthält, also Ginkoloid B enthält. Diese Stoffe sollen laut Studie das Nervensystem, also auch das Gehirn, beschützen und gegen Migränesymptome wie auch die typische Migräne-Aura helfen. Q10 soll den Energiestoffwechsel der Mitochondrien und das Enzym Superoxid Dismutase vorteilhaft beeinflussen, Entzündungen und oxidativen Stress reduzieren und Glutation erhöhen. Das ist das Körpereigene, vor allen Dingen auch wichtigste Antioxidant der menschlichen Spezies, Glutation. In Folge sollen die Häufigkeit und die Länge der Migräne-Attacken und Schmerzen reduziert werden. Also natürliche Stoffe, die euch helfen können, sind Q10 und besonders auch Migräne mit Aura Ginkgo Bilboa Extrakt, zum Beispiel Querzetin, was darin enthalten ist. Was könnt ihr sonst noch tun? Wenn eure Attacken von Bauchschmerzen oder Verdauungsproblemen begleitet sind und sie durch Lebensmittel ausgelöst werden, dann kann es gut sein, dass euch Querzetin hilft, immerhin lindert es, auch die Mastzellen daran zu reagieren. Aber ihr solltet natürlich auch darauf achten, eure Ernährung so umzustellen, dass Histamin arme Lebensmittel konsumiert. Und die Vermeidung von Lebensmitteln, die euren Körper sowieso schon nicht verträgt, ebenfalls zu meiden. Hier seht ihr mal eine Liste von histaminreichen Lebensmitteln. Und hier seht ihr eine Liste von histaminarmen Lebensmitteln. Ganz einfach als Take-Home-Message nochmal für euch. Also machen wir eine ganz kurze Zusammenfassung für euch. Eine histaminarme Ernährung. Die Liste hatte ich ja eben eingeblendet. Oder ihr könnt auch selber eine Liste euch raussuchen von histaminarmen Lebensmitteln. Sicherlich gar nicht verkehrt. Ganz wichtig. Ebenfalls haben Q10 und Querzetin eine lindernde Kraft suggestiert. Ganz wichtig. Allgemein entzündungshemmende Stoffe haben einen positiven Einfluss auf die Mastzellen, die ja auch unter anderem für die Entzündungen dann dementsprechend verantwortlich sind, beziehungsweise für die Breitstellung der Gefäße und damit auch für die Schmerzen halt. Eine gesunde Darmflora. Ganz wichtig. Wir haben zehnmal so viele Darmzellen wie normale Körperzellen. Und die senden ebenfalls Entzündungsmediatoren aus. Und das wollen wir nicht. Von daher müssen wir sie füttern mit pflanzlichen Ballaststoffen. Ganz wichtig. Weiter wichtig Umweltgifte. So gut es geht meiden. Achtet auf Naturkosmetik. Das heißt eure Duschgel und so weiter und so fort. Ist das wirklich so clean? Achtet auf eure Lebensmittel. Bio-Ware. Wir haben vor kurzem gesehen das Experiment von Jenke. Nur Lebensmittel konsumiert, die Anführungsstrichen nicht so ganz clean war. Was für unglaubliche Mengen von schädlichen Stoffen sich angereichert haben bei ihrem Körper. Das ist relevant. Und Lebensmittel. Bio. Achtet darauf, wenn ihr auch Lebensmittel oder auch Nahrungsergänzungsmittel konsumiert. Dass ihr vor allen Dingen auch darauf achten wie immer, dass ihr aus einem unabhängigen Labor nochmal bestätigt habt, dass dieses Nahrungsergänzungsmittel oder dieses Lebensmittel auch wirklich clean ist. Das ist ganz wichtig. Nicht aus Plastik trinken. Achtet auf eure Kleidung. Vielleicht nicht aus China oder sowas halt. Die zwar billig ist, aber giftig einfach. Und wichtig, achtet auf die Stressvermeidung. Das führt zu Entzündungen im Körper. Vor allen Dingen Meditation, Sauna, Spaziergängen im Wald. Waldspaziergänge reduzieren maßgeblich das Kortisol, das Stresshormon. Das kann alles Abhilfe schaffen. Danke für deine Aufmerksamkeit. Auf Puracel findest du viele Produkte, die ich hier gerade erwähnt habe. Viel Spaß dabei. Danke für deine Unterstützung. Bis gleich auf puracel.de. Tschau.